Das ist Urkatzelschwarf, unser Oktoberfest Märzen, das wir hier speziell für die Oktoberfestzeit in den USA brauen. Man kann sehen die Farbe, sehr schön Bernstein, sehr leuchtend, fast schon ins Rötliche, sehr schöne Schaumkrone. Das Aroma selber erinnert sehr viel an Malz, leicht geröstetes Malz, ein bisschen Süße, die da drin ist und dann auch genug Aroma vom Hopfen, um das Ganze ein bisschen zu balancieren. Oder im Geschmack her, das ist wieder Malz, Hauptsache das Münchner Malz, das für das Brauverfahren verwendet wird, oder so sehr viel Malz, Süße. Ist dann aber mit dem Abtrunk auch sehr angenehm, weil es sehr trinkbar ist, in Maskerüben und davon auch ein oder zwei davon.